Hallo, willkommen. TTT, neue Staffel. Wir haben Proximity-Chat aktiviert. Das bedeutet, wir werden in-game reden, nur mit denen, die bei uns in der Nähe stehen. Und man wird oben links in der Ecke sehen, wenn wir gerade reden. Und es wird interessant, es wird interessant. Sehr interessant. So, wir sind muten, ne? Hey Leute. Okay, also wir sind einfach mal ein bisschen gemutet. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wer ist der nah? Das ist interessant. Nennt sich Push-to-Talk. Ich möchte ehrlich gesagt von euch weggehen. Und ist euch aufgefallen, dass einer nah ist? Ich will ja niemandem die Schuld dafür geben, aber... Aber? Riki? Aber? Riki, was würdest du sagen, wenn du nah wärst? Dass ich kein nah bin. Okay. Nee, Riki würde ich so gehen. Also ist er einer, wenn er als nah sagen würde, dass er keiner ist. Wer denn? Ich halte einfach mal Abstand. Das ist eigentlich auch ganz angeben. Kann ich einfach ein bisschen Selbstgespräche führen. Ah, ich vertraue der ganzen Gruppe da hinten nicht. Das Problem ist doch, dass sie... Da ist schon die erste gestorben. Genau, davon rede ich. Man kann in diese Häuschen nicht rein, das ist super komisch. Und das ist eine Water World Map übrigens. Jungs, wer ist ein Traitor hier eigentlich? Äh, vielleicht bin ich nicht nah genug dran. Wer ist ein Traitor bei euch? Ja, hier ist ein kleines Massaker passiert. Fuli hat die andere gekillt, ich schwöre. Fuli war's? Ja, gut, okay. Okay, aber den nah hat er nicht gekillt. Wen hat er denn nicht gekillt? Wir sind noch voll viele, Mogi. Und mich hat er auch nicht gekillt. Na, Riki? Ja? Riki? Ja, warte mal, aber wenn ich denn nah sein sollte, kannst du ja eigentlich nur noch Charlie werden sein. Ich hab Pulli gekillt. Er war Traitor. Hey. Alter, ich schreck mich doch nicht zu, Alter. Und du bist ein bisschen ein Traitor hier unterwegs, bisschen nicht auffallen, oder? Ja, ja. Da draußen schießt jemand. Sag mir einfach mal, du bist der Traitor. Mach doch die Tür zu, bitte. Siehst du, sonn wir gewonnen, Maeve? Ach, Mann. Ne, ich bin so dumm. Ja, gut. Ach, Maeve war denn da? Und bist du von der Maeve weggelaufen? Aber wo war der Maeve? Ich bin ihm hinterhergelaufen. Habe ich dich ein bisschen auflaufen lassen, Pulli? Ich wollte doch, dass sie mir hinterherläuft. Ich wollte für dich covern, aber das ist okay. Pulli einfach Massaker gemacht. Ihr standet alle nur am Eingang. Das war komisch, Alter. Das ist okay. Ja, das war... Ich hab Riki als nahverdächtig, dann hat er mich umgebracht. Naja. 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 Nun. Dann schätze ich mal, dass ich jetzt sterben werde. Hab ich recht, Johnny. Oh. Riki, Riki, Riki. Detective bin ich. Was willst du haben, Riki? Kriegen wir was cooles? Jetpack oder sowas? Oh, pass mal auf. Pass mal auf. Ich bin gespannt. Du bist doch ein Fan von RP, richtig? Ja. Da hast du ein paar Handschellen. Du bist jetzt ein korrupter Kopf. Oh mein Gott. Die Handschellen, die gehen ganz runde über, ne? Ich bin unschuldig. Was willst du jetzt hin? Hä? Nirgendwo. Ich bin unschuldig. Was hast du getan? Warum bist du hier? Ja, antworte. Au. Polizeigewalt. Was ist das hier für ein Polizeigewalt? Au. Du bist von der Yakuza. Ich werde vom Polizisten geschlagen. Bitte helfen Sie mir. Adachi? Ich kenne sie doch. Seid ihr heute Granate geworfen? Au. Papierflieger aus Johnnys Richtung? Was sagst du dazu, Johnny? Von wem ist der? Johnny hat auch die Waffe vom Gewehr weggewechselt. Naja, Johnny, sag ich doch. Oh mein Gott. Oh, der Papierflieger hat ihn erwischt nicht. Oh nein. Wovon ist du überhaupt? Was lacht? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht, aber ich glaube, ich halte einfach mal ein bisschen Abstand hier. Und wir... Kein Explosionsschaden mehr, gut, aber... Uh, unendlich Munition. Ich will nicht mehr. Freunde, der Detective ist zurück. Ich hoffe, die Situation hat sich beruhigt. Ihr solltet wissen, dass ich unendlich Munition habe. Bist du weggelaufen einfach? Nein. Außer du bist von der Yakuza. Was willst du gerade von mir? Was willst du für ein Polizeistatt hier die ganze Zeit? Ich will gar nichts. Ich will für ihn. Ja gut. Dann gehen wir jetzt, Maeve. Okay. Denn die drei, die im Kreis laufen, den vertraue ich nicht. Ich habe übrigens vorhin auch getötet, ne? Und er ist der Traitor gewesen. Also... Ich traue dir auch. Ich meine, du hast mich nicht gekillt. Ja, das stimmt. Also wollen wir... Oh, das... Die haben die... Die gute Haifisch-Falle. Die müssen wir auf jeden Fall, wenn wir Traitor sind, dann mal ausspielen. Das heißt, wir müssen die Leute mal ein bisschen... Oh, ja. Ein bisschen langsam mal den Zehens Wasser halten lassen. Damit sie mal ein bisschen sehen, wie schön es hier sein kann. Stimmt. Was glaubst du, wacht die denn gerade? Ist übrigens eher für die Zuschauer, ne? Unser Waterworld, ne? Unser Waterworld in einem schönen neuen Look. Oh, ja. Oh, ja. Man sollte noch ein bisschen aufpassen mit den Leitern, die es hier gibt. Maeve, wollen wir mal hinter schauen? Ich mach mir ein bisschen... Warte. Ne, da leben noch zwei. Die bewegen sich. Ne, alle drei. Okay. Die machen irgendwas Dummes. Na ja. Dann gehen wir noch ein bisschen spazieren. Und wir haben keine Zigaretten mehr in dem Spiel. Wir haben die rausgenommen. Ja. Die haben unser Leben zu sehr verkürzt. Hauptsächlich haben sie den dritten Waffenslot eingenommen. Das ist für die Gesundheit auf jeden Fall wichtig auch. Achi. Gesundheit. Oh, da kann man Bananen mit... Oh, ich wollte da Bananen holen. Wer war ein Traitor? Oh, das war so gut. Was habt ihr gemacht? Ich dachte, das wäre schneller. Maeve und ich sind weggegangen, wir haben rüber geschaut und ihr seid alle nur im Kreis gelaufen. Ich hab euch zugehört. Wir haben geredet, wir haben diskutiert. Ich hab euch zugehört, ihr Verbrecher. Ich kam aus der ganzen Rechnung eigentlich. Was? Ich hatte die Hoffnung, dass... Oh mein Gott. Das ist so eine interessante Dynamik, dass man da gar nicht mehr zuhören kann, was die da drüben machen. Ja, wir haben nur gesehen, was die hier macht und wir dachten uns... Aha. Komisch. Das war klarkommen. Das ist auf jeden Fall besonders. Ah, hier gibt's so viele neue Waffen für meinen Geschmack. Oh, liebe Freunde. Jetzt haben wir eine vernünftige Rolle. Ich werde einfach mal wieder weggehen. Rikki. Rikki, Rikki, Rikki. Rikki, komm doch mal her. Schauen wir uns im Schwimmbad ein bisschen. Du weißt doch... Du hast doch gehört, was Maeve und ich über das Schwimmbad erzählt haben. Richtig? Ja. Ich hab alles gehört. Ist hübsch hier. Richtig? Ja. Wir kommen ein bisschen ins Tropical Island. Ja, Rikki, komm mal. Wir müssen weiter weg von den anderen. Rikki, ich bin Traitor. Welche Waffe willst du haben? Oh. Was hast du denn? B-Nate, Pop-Up-Gun, Bump. Ich nehm die B-Nate. Ich geh vorne hin und mach Harakir. Harakir. Ich bin Glück, Bruder. Okay. Ich lauf dir hinterher. Harakir. Na, ich lauf dir nicht hinterher. Ich geh da rüber. Okay. Du schaffst das. Wir sind gleich. Wir sind gleich. Wir sind gleich. Oh, das war's wert. Das hat zwei Punkte gekostet, aber das war's wert. So. Ähm. Ich glaub, ich soll eigentlich mal wieder zur Menge stoßen. Aber ich hab Angst. Es gibt da hinten eine Traitor-Falle im Haifisch. Hallo? Hat jemand auf mich geschossen? Oh, ich glaub, das war kollateral. Oh. Oh Gott. Ich komm nicht zu euch rüber. Die haben Bienen. Wo kommen die nur her? Absolut unerklärlich. So. Es gibt im Haifischbeck ne Traitor-Falle. Und, äh. See. Das heißt, eventuell kann ich jemanden dazu bringen, da reinzuspringen. Und das wär, das wär ganz cool. Ich werd mich einfach hier oben hinstellen, dann werd ich, äh, so tun, als würde ich reinspringen wollen. Maif! Maif! Hey, Maif! 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 Na, komm gleich die Rutsche runter, er wird mich dann schon hören. Ha, 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 ha. Die Map ist ein bisschen groß, ich weiß, es ist gerade eine unangenehme Situation für alle Beteiligten. Vor allem... Schau, was mein Traitor-Kollege erlebt noch. Vielleicht hat Maif mich gesehen. Ich will, dass sie ins Wasser gehen. Maif! Nein! Ja, ich wollte sie doch noch rüberlocken. Das war doch alles, was ich machen wollte. Aber ich hab das Gefühl, Maif musste schon, warum ich da drüben stehe. Äh... Ich hab mein Glück, er hat uns gefordert. Aber ich muss ihn jetzt identifizieren und ich werde wahrscheinlich sterben beim Versuch, da jetzt hochzuklettern. Oh, Maeve denkt, wir haben noch die Turtle-Minen und sowas, aber... Diese Reifen sind so scheiße. Ja gut! Wusste ich doch! Scheiße, woher kamt ihr alle jetzt? Das Schlimmste war, ich hab überworfen... Und als ich da interessant war, ach Mogi muss es gewesen sein, nur der macht sowas. Hast du Bienen geworfen, Riki? Ja, ich hab mit Riki weggelaufen, da hab ich gesagt, du müsstest eine Traitor-Waffe haben. Dann hat er gesagt, ja, ich will die Peanate. Wir hatten geguckt, wo der Weck ist. Und Mogi und Riki waren weg und wir dachten uns, okay, beide sind Traitor. Ich hab die ganze Zeit, als ich da oben, hab ich gesagt, Maeve, aber du warst zu weit weg. Dann dachte ich mir schon, wenn Maeve mich hier sieht, er weiß schon, warum ich da bin. Mogi, ich muss aber noch mal ganz schnell wissen, wie ich das verhindere, dass ich die Waffe wechsle, wenn ich mich muten will mit Maus 4. Äh, Escape-Optionen und dann musst du Magnetostick oder Gravitron oder so, wie es heißt, dann auf eine andere Waffe setzen. Der ist nämlich standmäßig auf Maus 4. Ach du Scheiße, okay. Ich hab halt Maus 5 genommen. Also lassen wir mal Johnny ein bisschen in Ruhe hier. Danke. Die ist ein ziemlich guter Tag, um Traitor zu sein, oder? Ich muss ja nur Maus 4 suchen. Nein, ich bin kein Traitor. Ich kann weggehen. Ciao. Okay, dann geh ich dir hinterher. Die letzte benutzte Waffe ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich glaub, Riki ist grad was passiert. Ja, ey, was ist los? Der Schreiber hat Riki geschrien? Der Schreiber hat Riki geschrien? Warum hat Riki geschrien? Nein, ich hab... Ich hab Johnny angeschrieben. Das hat einen Fresser halt im Discord. Oh. Achso, ja, das ist fair. Naja, gut. Dann mach ich die Schnauze im Discord, ja, ne? Ja, wir hat Riki dich schon angeschrieben. Das wäre die Schreiber. Okay, gut so, gut so. Riki wird da ganz unentspannt auf einmal. Boah, Annie, die Fall. Guck mal hier, das Mario-Upgrade. Na, bleib ich lieber mal hier. Ich will nicht in der Gruppe stehen. Das Problem ist nämlich, dass... Das ist wichtig. Ach, Johnny ist auch noch hier unangenehm. Wo kommt das... Ach, du Scheiße. Wenn ich sie nicht anschaue, sterbe ich. Die ist super gruselig. Oh, sie ist auf Moggi, okay. Die ist direkt auf deinem Kopf gespawnt. Ich hab's mitbekommen. Äh, Johnny, weißt du, wo die herkommt? Wo geht Johnny hin? Das ist okay, ist okay. Ich hab ja keine Angst. Wenn ich die nicht angucke. Du musst... Also ich... Es reicht, wenn ich sie anschaue. Ihr könnt weitergehen. Ihr könnt... Ihr könnt mich zu... Rücklassen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich seh alles. Alle sterben. Oh nein. Es ist ein Massaker. Es war wirklich, Johnny. Oh Gott. Alle sterben. Ja, Johnny, du. Genau nicht. Aua. Es war wirklich, Johnny. Nein. 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 Nein, Johnny. Warum hat Ricky wieder 85 Punkte? Das ist so geil. Man kann auch nicht beschuldigt werden, wenn man wegrennt. Weil der hört das dann ja. Die alle hören das ja gar nicht. Ey, das ist... Wir haben ja keine Angst. Kam der Engel für die, Morgi? Das ist so schlimm als hab ich. Man sieht so jedes Desaster. Aber... Deske, warum redest du IC nicht? Ja, Deske, rede. Ich glaub, es funktioniert bei dir irgendwie nicht. Ich rede doch. Die ganze Zeit. Aber du musst den Knopf drücken. Ja, ich drück die ganze Zeit den Knopf. Du redest nicht. Das hat mein Knopf nicht funktioniert. Ich leuchte doch auch oben links. Nein. Bei uns nicht. Ich leuchte bei mir. Kannst du jetzt mal reden, Deske? Bist du im Teamchat anstatt im Globalen? Ich hab keine Ahnung. Ich rede die ganze Zeit. Oh nein, der Arme Deske. Wow. Wir haben's doch vorhin getestet. Freunde, ich bin Bademeister. Ja, du redest echt gar nicht, ne? Wie wechsle ich denn in den anderen Chat? F1 drücken oben rechts und dann... Ein bisschen Kundenservice. Ähm. Das Problem ist, wir hängen die ganze Zeit im Eingangsbereich rum. Ich hab das Gefühl, dass das würde nicht gut ausgehen für alle Beteiligten. Aber ihr hört mich ja hier noch. Ich bin im Global Voice Chat Maus 4 gerade. Bla bla bla. Ja. Ich meine, ich höre ihn da jetzt gar nicht, weil ich muss ja für einen anderen Plan stehen. Oh, Ricky. Ja. Ricky, da hinten hat sich Maeve angeschlichen. Was halten wir davon? Da oben kommt was runter. Maeve. Maeve. Was kommt da runter? Ich hab ihn. Was ist hier los? Die Decke kommt runter. Komm mit, hier drüben. Hier drüben. Hier drüben geht's raus. Wo geht's raus? Was? Was ist hier los? Was war das für eine Falle? Das war gar nicht nett. Haben wir einen Blocker? Haben wir einen Blocker? Haben wir einen Blocker vielleicht? Komm, ich konnte Maeve nicht überprüfen. Wir haben einen Blocker. Lass sie rein, lass sie rein. Blocker schmocker, sag ich immer. Die Schnauze fully. Maeve ist tot. Oh mein Gott. Der Mensch hat auf mich geschossen. Ich bin außen rumgegangen. Ich bin außen rumgegangen. Ich bin außen rumgegangen. Nein, du bist außen rumgegangen. Ey, Timo. Nein. Schwör auf Layton. Warte mal. Wer liebt denn dann? Schau. Genehmigen wir uns die Fully Perspektive. Ich mach nichts. 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 Ich war nicht hier. Wir müssen die suchen. Warte, ich war nicht hier. Haben die meine Leiche nicht? Wer war da noch? Da hinten ist Sean. Der läuft da alleine rum. Sean. Achso, da bist du. Sean, du bist es aber nicht, ne? Ich hab euch nur gesucht. Ich hab euch nur gesucht. Hä, wer fehlt da? Okay. Dashke steht da. Wo steht er? Dashke ist noch mit Optionen drin. Versucht von den Boys Chat noch hinzubekommen. Ich glaube, er fix grad seine Einstellungen, weil man ihn nicht... Okay, ne, er ist Traitor. Wer war's? Ach, Maeve war Trait. Da hat's wohl nicht damit gerechnet, dass du dich selbst einsperrst. Sorry. Da stand nur Falle. Ich wusste nicht, was die macht die Falle. Ja, da waren wir auf einmal alle gefangen. Ihr wart ein bisschen du und ich weiß nicht. Ich hab auch schon. Hä, du warst los, dass du schießt einfach. Ja, ich hab geschossen. Ich weiß nicht, dass ihr eingekommen seid in den Raum. Läuft doch nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Weil im Spiel hört das Mikrofon mich. Und ich drück die Taste und ich leuchte grün. Dann join doch mal nach. Ja, join doch mal nach. Das wird uns irgendwie nicht übertragen. Dann warten wir mal eben noch. Das kann sein. Okay. Okay, Deschke, dann sag doch mal was. Hallo, ich bin Deschke. Hallo, ein bisschen übersteuert, aber wir hören dich. Ich übersteuere Wunder. Schrei noch ein bisschen. Was hast du gesagt? Ja, schreit bitte alle noch lauter. Das ist super. Fully, du wirst noch nicht gemutet. Richtig braucht noch ein paar Stunden. Ready? Fully ist noch im Discord zu hören, deswegen war das so laut. Okay. Sie wissen nicht, wie es funktioniert. Rikki, wo wollen wir hin? Pass auf, warte. Ich geb dir was. Okay. Du musst dich flüstern, du bist Detective. Ach ja. Ich geb dir was. Dankeschön. Danke sehr. Was möchtest du haben? Keine Ahnung, was hast du denn? Nimm jetzt zwischen eins und acht. Nimm jetzt zwischen eins und acht. Nimm jetzt zwischen eins und acht. Vier. Naja, ein paar Tage, ein paar Tage. Die kennst du, ne? Sind wir Friends? Wir sind beste Friends. Oh, die Schockpistole. Oh, die finde ich lustig. Pass mal auf. Wen wollen wir denn schocken? Fully. Schock mal. Höh Fully, nein. Idiot. Ich geh weg. Du bist Fully tot. Ah. Ich bin nicht tot, ich weiß nicht. Ich bin nicht tot, ich bin Fully. Moggi, Moggi, Moggi. Ja? Moggi? Ja? Kannst du mich die Rutsche runter schocken? Ja, der Detective. Du hast keine Munition mehr drin. Du musst sowieso geduchzt sein. Wir können aber zur Rutsche rüber gehen, Detective, wenn du willst. Na klar. Mel, du kannst auch mit, wenn du willst. Weiß nicht, ob du gerne rutschen willst, so bei der Yakuza und sowas. Ne, ich guck mir das an. Der Yakuza. Der Yakuza. Der Yakuza. Die rutschen nicht so viel, keine Ahnung. Können wir erst mal Pommes nehmen? Ja, ich glaub hier müssen wir rüber, Ricky. Pommes holen wir später. Nee, Ricky danach. Ricky, wir essen danach. Vorm Schwimmen nicht. So, ich hab ne Sniper. Ich schau mal eben rüber, was da vor sich geht. Die laufen dumm im Kreis. Niemand schießt. Okay, ich glaub wir können rutschen gehen. Der Deschke jagt uns. Hallo? Ich seh. Ah! Sein Freund Deschke kann reden. Ist Deschke hier? Ist er hier? Wo ist Rikki? Ne, da ist Rikki. Da bin ich. Warum haben wir Deschke gehört? Wo ist der? Ach, die rutscht. Ach so. Verfolgt der uns? Der Springtum ist keine Rutsche, Maeve. Ja, als ich ihn gesehen habe, fühlt es mir auch auf. Okay. Welche Seite? Okay. Wo ist Rikki? Rikki, schaffst du die Treppe oder brauchst du noch ein bisschen? Kleine Verschnaufer zwischendurch gemacht. So. Wo willst du rein, Rikki? Rechts oder links? Ich bin hier rechts rein. Okay. Ich gehe links. Okay. Hui. Ich rutsche dann mal eine Runde. Ist jemand hinter mir? Ah shit. Oh, das würde... Ich werde Nasenblut bekommen unten. Ich seh das schon. Das ist so gefährlich, was du hier machst, Maeve. Oh Gott. Ich rutsche schneller als du. Ich bin... Deswegen ist es auch gefährlich. Au! Ich hab meine Beine zu schneiden. Timo. Spiegel. Spiegel. Oh, die geht auch eine Runde rutschen. Warte mal. Wollen wir mal da schießen? Haben wir irgendwas zum Reinzen werfen? Das ist voll wild. Ich habe keine Rauchgranaten mehr leider. Wenn sie ja rauskommen, können wir sie ja schießen. Ja. Ich habe eine Brandgranate reingeworfen. Ne, warte mal. Ne, dann schauen wir uns das einfach von hier aus an. Warte, ich gehe hier rüber. Au. Falsche Richtung. Da ist Feuer. Au! 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 Johnny ist es! Johnny ist es! Ja. Oh nein, ich höre diese B. Oh nein, ich höre diese B. Rede mit uns. Drückt die Maustaste vier. Feuer! Was ist hier passiert? Sean ist da vorne noch unterwegs übrigens. Ja, Johnny ist es passiert. Oh. Das ruckelt gerade bei mir. Was ist hier für Musik? Wo ist es? Nein, nicht. Wir müssen... Da ist er. Hallo. Shit. Ich meine, ich muss dich erschießen. Was? Warum? Hallo? Warte, ich treffe nicht. Das ist unfair. Ich habe nur einen Sniper. Warum? Ha. Aber er ist wohl doch nicht. Dash Cases. Ich war... Oh Gott. Ich meine, meine Aktion war vielleicht, mit dem ich treffe nicht. Ich war vielleicht generell nicht so gut, zugegebenermaßen. Okay. Das würde nicht gut ausgehen. Ich meine, aber Dash Cases hat ihn schon gefunden, soweit. Maeve, dreh dich besser um. Maeve, dreh dich um. Maeve, dreh dich um. Er kann mich nicht hören. Oh. Starke, aber... Ich war mir so sicher, dass es Sean ist. Ich gebe auch vor, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Eine war tot. Wer hat das Feuer runtergelegt? Ich dachte, Mogi war da noch. Ich habe das Feuer gelegt, aber da war noch eine Bombe oder so. Eine war tot und Sean ist nicht gerutscht. Der ist der einzige, der zurückkam und dann war es nicht. Was? Ja, weil da oben ein Feuer war. Oben auch? Das habe ich nicht mehr mitgekommen. Ich gebe es noch eine Traitor-Fälle, dass die ganze Rutsche zu Feuer... Aber ich habe Riki einen relativ smoothen Headshot noch gegeben, als er mich verdächtigt hat. Kurz bevor ich mich stoffe. Wer will mich dran hindern? Ja, mach doch. Trau dich doch. Mach doch. Mach bei Johnny. 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 Traitor. Hallo. Okay. Hallo. Vielleicht geht es los. Sean ist Traitor. Sean. Hätte ich mich mal dran hindern sollen. Er ist so ein guter Traitor. Oh mein Gott. Au. Sean ist tot. Er war Traitor. Er war Traitor. Er war Traitor. Hallo? Als ob ihr alle tot... Riki ist nach oben unterwegs. Oh Gott. Das ist mir nicht gut ausgehen. Aber Timo hatte komplett recht Mayfars. Ja, jetzt steht Mayfar einfach da und... Ach ja, ist im Traitor. Ich glaube, der kauft wahrscheinlich gerade was Schönes. Und Sean drückt die ganze Zeit seine... Äh, Maus 4. Ist wohl gerade ein bisschen am Browsen. Was hat er gekauft? Was macht Riki überhaupt? Warum läufst du hier geduckt mit der fucking Shotgun auf Distanz rum, Riki? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist die falsche Richtung. Ich bin mir leid. Ich betreibe ein bisschen Backseat Gaming an dem Punkt. Aber er sollte wirklich nicht auf Distanz mit der Shotgun rumlaufen. Oh, der ist... Der ist ein... Oh, der Deathbaker. Ach, ich hasse dich so sehr. Oh, der hat mich so erschreckt, ey. So überrascht. Ich wusste sogar, dass Maeve den Deathbaker gekauft hat und ich bin trotzdem drauf reingefallen. Ich dachte, Riki hat gewonnen. Ach so. Du hast dich gefreut gerade oder was? Ja. Oh nein, oh nein. Ich dachte auch kurz, dann dachte ich mir, Moment. Ja. Dann dachte ich mir, dass irgendwas hier nicht so ganz stimmt. So, ich weiß, wo ich jetzt hingehen werde. Ich werde mir jetzt mal einen vernünftigen Job suchen gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich gehe jetzt an die Snackbar. Mir gehört jetzt die Snackbar. Riki, kommst du mit? Ich habe die Tür aufgemacht für euch. Wo denn? Warte, was verkaufe ich überhaupt alles? Die Tür ist auch zerschossen. Meinst du das mit aufmachen? Willkommen bei den Johnnys. Was kann ich mit tun? Das war mal mein Laden. Okay. Ich hätte gerne einen. Das war mal. Ich hätte gerne einen Red Chica. Das war mal mein Laden. Ich hätte gerne einen. Ich hätte gerne einen Red Chica, bitte. Was ist das? Das ist gar nicht dein Laden. Du bist hier nur. Ich will keine Banane. Ich will keine Bananen. Hast du eine Melone für mich? Schießt ein Mc Muffin Farmer Sky. Bitte schießt nicht. Ich hätte gerne einen Mc Chicken. Schießt nicht auf eure Bestellung. Wir sind freiwillig Mc Chicken. Wer fress denn eine Melone? Ich will einen Mc Chicken. Hab ich hier noch irgendwas für euch? Du bist quitt, kein Mc Chicken. Verdienter, verdienter. Ich hätte noch gerne Diät-Cola. Entschuldigung, Mann an der Kasse. Hallo. Ich hätte gerne eine Diät-Cola. Der Laden hat geschlossen. Das ist schon ziemlich verdienter, ne? Finde ich auch noch. Sag mal, der mit dem Laden links den Bach runter seit Johnny übernommen hat. Stimmt ihr mir zu? Ich stürme da jetzt rein. Hey! Willkommen, Freunde. Unter neuer Leitung. Was wollt ihr denn haben? Ein McRib. Warum brennt ihre Küche? McRib? Okay. Was ist das denn für eine neue Küche? Warum brennt die Küche? Entschuldigung, wir haben gerade geschlossen. Könnt' ich von mir einen Checker haben, bitte? Äh, ja, Moment. Ich wollte... Ich hol's gleich. Oh mein Gott, Puli. Als ob ihr überlebt. Wir haben dir die Scheiße überlebt. Puli, immer wenn ich dir vertraue, das ist so schlimm. Wer hat dir das denn überlebt? Puli, vor der Aufnahme haben wir schon gesagt, dass der Valuigi Lunger Scheiße ist. Ja, aber wie habt ihr das trotzdem überlebt? Ich hab Fragen. Also, wir stand recht weit weg davon. Was soll denn das überhaupt? Wir wollten Chicken Burger und Johnny, gibt uns eine fucking Banane. Ich wollte dir eine Anzeige gegen Sexual Belästigung und sonst gar nichts. Achso. So sieht's doch aus. Wir gehen jetzt alle Sport machen. Komm, wir gehen ins Fitnessstudio. Okay, okay, ich komme mit. Morgi, mach's besser. Wollte ich, aber dann hat alles gebrannt. Du servierst mir jetzt einen Chicken Burger in der Strandbar. Okay. Ja, wobei hier geht's... Oh, wait, kann man die wirklich mitnehmen? Weiß ich nicht, ich versuch's. Oh. Ja! Oh mein Gott, wir können in den Pool gehen. Wir können auch so in den Pool gehen. Dich. Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt in den Pool, Freunde. Oh, ich will den Ball! Ich will den Strandball! Ich will den Strandball! Den will ich haben. Ich bring ihn mal zum Wasser rüber. Spiel mal nicht das Spiel noch. Was geht da hinten vor sich? Ich höre einfach eine Brandgranate hinter. Oh, im Wasser gelandet. Oh mein Gott! Warte, sehe ich da gerade, was ich... Sehe ich, was ich glaube, was ich sehe? Hast du die Größe von diesem Ball gesehen? Oh mein Gott, das war so knapp. Ich krieg den nicht mal so knapp. Was war so knapp? Sean, warum bist du so geschwächt? Okay, Jungs, was ist dir passiert? Ich schaue mal, wir sind hier unterwegs. Wir sollten Sean erschießen, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Was ist denn da passiert? Warum bin ich fast tot? Ich hab nur ein Ziel. Ihr schießen, Leute. Dieser riesige Ball. Hilfe. Dieser riesige Ball kommt in den Pool. Jemand hat mich fast gekillt. Und ich nicht dafür sterben muss. Sorry, es muss das. Nur fast aber, oder? Wer lebt noch? Wer lebt noch? Morgi, Morgi? Ach, die Wuli ist es noch. Morgi? Oh, Maeve, auch? Was? Was macht Riki überhaupt schon wieder? Er ist wirklich ins Fitnessstudio gegangen. Schauen wir uns Rikis POV an. Ist halt für ein Date, oder? Date, ja, okay. Ich weiß nicht, ich will wissen, was bei denen los ist. Schlecheln wir noch Riki. Ja, ja, ich... Nee, ich bin im Team, okay. Was macht Riki jetzt? Ich hoffe, es wird irgendwas nicht Dummes sein. Das wäre ganz gut. Aber naja, naja. Ich habe das Gefühl, die Map ist ein bisschen zu groß für den Proximity. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen uns generell noch ein bisschen einpinnen, was den Proximity-Chat angeht. Ihr ungefähr wisst, was man am besten machen kann. Ich versuche mich immer ein bisschen von der Gruppe zu entfernen, aber... Schwierig, schwierig. Oh, she's a jolly good fellow. Oh, she's a jolly good fellow. Ich bin sehr froh, dass ich mich für die Riki POV entschieden habe. Ich weiß noch nicht, von wo. Nicht von oben, Riki. Du bist nicht von oben angeschossen. Ja. Ich möchte kurz anmerken, ich habe mehr als deutlich Sean out gecallt und niemand hat was gemacht. Das stimmt, das hat niemand auf dich gehört. Das war nicht auch so gut. Ich war drei. Dabei hat Dashka am Ende noch Fully gerufen, aber das hat zum Glück niemand gehört. Ich war mir so sicher, dass... Als ich schon gerufen habe, waren noch... Shit, Maeve war auch... Ja, aber Maeve war auch später. Die waren von Grund auf verkommen. Von Grund auf! Morgi, du bist ganz schön dick geworden. Komm, wir gehen mal Sport machen. Ich sag mal, okay. Ich habe, nachdem ich vorhin tot war, die Riki POV gesehen, habe ich gesagt, er war wirklich im Fitnessstudio. Ich bin schon wieder so früh gestoppt. Ja, klar war ich im Fitnessstudio. Man muss ja gucken. Man muss ja irgendwie wieder in Form kommen, ne? Oder sehen, wo man bleibt. Gibt's auch Waffen zu... Wo geht's denn rein? Gibt's auch Waffen oder so? Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Johnny, läuft uns Johnny... Läuft uns Johnny hinterher? Warum höre ich ihn? Ja, Johnny läuft uns hinterher. Der will... Ich glaube, er will auch im Fitnessstudio. Wir sind im Fitnessstudio, Johnny. Naja, gut. Ich glaube, er ist weg inzwischen. Hier links. Da geht's hoch. Okay. Da oben kann's auch gut snipen. Oh, das trifft sich ganz gut. Ich mach mal die Tür zu. Dann weiß ja niemand, dass man hier rein kann. Oh, da liegen auch Granaten. Warte mal. Heat Grenade, Discombulator. Oh, keine Brandgranate. Schade. Schokolade. Warte, vielleicht hier oben noch eine Brandgranate. Ich guck mal. Ich stehe es nur zur Schokolade. Oh, nö. Warum bin ich hier hochgekommen eigentlich? Ist ja scheiße. So, aber Ricky, ich bin... Ich bin Blocker gerade. Was willst du nur haben? Ich hab ein paar Sachen im Angebot. Oh, willst du den... Wollen wir einen Venti haben oder einen Teleporter? Ah, das heißt, der Teleporter, mit dem ich tauschen kann? Eine Position? Ja. Warte, kann ich die Position tauschen? Du kannst ihn ja schießen. Ja, und dann kann ich mit... Oh, das... Shit, den kann man nicht wegwerfen. Jetzt ist einfach nur... Oh, warte. Komm, dann tötere ich ihn für dich. Naja. Sag, was du machst? Ich kann nicht. Ich hab ihn weggeworfen. Er ist jetzt einfach durch den Boden gefallen. So, wir machen mal die Tür auf und dann schauen wir einfach mal, wen wir sehen. Ich hab hier eh ein Gewehr gerade. Und dann werden die sagen... Uh, ich kann nicht glauben, dass ich gerade erschossen wurde. Warte, hier ist eine Traitor-Falle. Soll ich mal, soll ich mal... Man kann das Laufband überhitzen. Wollen wir das anschauen? Warte, wir müssen jemanden hochholen und dann schauen... Okay, pass auf, wir müssen jemanden hochholen. Das müssen wir sehen. Okay. Johnny. Wollen wir können die Leiche nicht identifizieren? Die sind komplett verwirrt alle, weil ich Blocker bin. Ich meine, natürlich. Will jemand ins Fitnessstudio? Hallo. Jungs, komm. Wir müssen Fitness. Wo sind denn alle? Will jemand mit uns ins Fitnessstudio? Hallo. Sind alle tot oder so? Hallo, sind alle tot? Hallo. Hallo. Da ist eine Leiche. Oh, ich kann sie nicht identifizieren. Irgendwo ist noch ein Blocker. Haben wir einen Blocker irgendwo? Oh Gott, wie hat das hier passiert? Da war wohl der Chickenburger wieder aus. Glaubst du, wir sind die Letzten, die noch übrig sind? Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Wir waren ein Partner. Okay, wollen wir zum Laufband hoch? Ja, komm. Wir stellen uns beide aufs Laufband, okay? Oh ja. Ich denke, das klingt fair. Mach das doch nächste Runde. Wo bist du? Bist du tot, Johnny? Ja, ich bin tot. Okay. Ah ja, du bist gelb, okay. Das war für nicht nächste Runde. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da, aber wir sehen, was passiert. Wir sind gleich im Laufband. Was glaubt ihr eigentlich, wer Traitor ist? Ich kann mich nicht verstehen, ihr seid tot. Ja, genau. Was glaubt ihr, wo wir hier sind? Deine Nachricht von Simon? Wie heißt er nochmal? Keine Ahnung. Was? Okay, ich drücke... Und jetzt? Oh, oh. Oh, ich nehme Schaden. Ich komme nicht... Naja, stark. Au, oh. Das war keine Disco. Das war keine Disco. Was? Der wurde abgemacht. Ih, wieso... Was? Ich will es auch sehen. Der platte Mann. Der ist richtig verschirbt. Oh, no. Da habe ich alle meine Rundungen abtrainiert. Durch die Walze. Sehr gut. Was ist bei euch eigentlich passiert? Warum waren alle tot, als Rikio nicht zurückkamen? Wie habt ihr euch gegenseitig gekillt? Mit der Handy-Bombe. Ich habe mich selbst getötet. Oh, und Samsung Galaxy S4. Und Johnny war ein bisschen Trigger-happy. Wer ist mal mit ins Fitnessstudio gegangen, Johnny? Wer ist mal mitgegangen? Ja, ich will auch ins Fitnessstudio. Okay, wir ins Fitnessstudio. Ich habe gesehen, dass jemand eine Granate reingeworfen hat. Da habe ich ignoriert das. Ich stehe da drüber. Ich habe eine Brandgranate. Ich gebe es sogar zu. Oh. Warum hast du nicht da hingeworfen, wo Leute sind? Was habe ich mit dieser Rutsche da vorn? Die ist aus Mr. Biene. Die ist voll süß. Als Mr. Biene im Schwimmbad war, oder? Der war doch die gleiche. Die ist echt toll. Pass auf mit dem Wasser, dass du ein Traitor falle, wo ein weißer Hai kommt und einen ertränkt. Ja, die habe ich schon mal aktiviert. Oh, da hat jemand Thomas losgeschickt. Ah, shit. Der hat jemand bei mir in meine Richtung losgeschickt. Das finde ich gar nicht gut. Warum sind alle tot? Ach, du Scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Wo sind alle hin? Ich wollte nur ins Fitnessstudio. Ach, shit. Was mache ich denn jetzt? Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben. Ich habe auch Granate geworfen. Wer ist da? Hallo? Hallo? Wer war da? Ich sehe die Schildkröte. Ich sehe die ganz genau am Boden liegen. Mir machst du nichts vor. Hier ist alles vermint. Dashker. Wer war das? Es gibt viele Ausgänge, müsst ihr wissen. Ich mache mal die Tür zu. Für ein Fall der Fälle, dass jemand hochkommt. Ich glaube, die Map ist viel zu groß für unsere Spieler. Was? Das war dein. Wir haben auf ihn getaucht. Das war so, wenn du. Oh, da ist Dashker. Wir schießen einfach alle. Nein, nein. Das kommt an. Nein, nein. Dashker kommt an und hinter ihm explodiert einfach irgendwas. Ganz krass. Was soll das? Wir wollten den Zwitten-Studio. Wer hat den dummen... Timo, das warst du mit dem Thomas, oder? Thomas, warst du das? Thomas, warst du das? Timo war richtig anlagend. Habe ich den getroffen? Ja, aber wir haben ihn. Zwei Stück. Ja, sehr gut. Wir stehen zu viert im Kreis. Timo fand ich... Ich stande gerade zu dritt. Wer ist einer von uns Twitter? Wer könnte es sein? Wir alle sagen Timo und töten. Timo und Timo war es. Das kann nicht sein. Das ist so unlucky. Er ist ein Timo-Killer. So sieht es doch aus. Timo hat irgend so eine lustig-Psychose gerade. Ich wünsche dich wäre lustig. Geht jemand mit ins Fitnessstudio, bin ich hier allein unterwegs. Soll mir auch recht sein. Da kann mich niemand einfach in den Rücken schießen. Okay, ist niemand da. Ist okay. Ist okay. Ich fühle gar keine Einsamkeit. Ich fühle mich gut. So alleine hier drüben. Cool. Cool, cool. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Probleme, die Tread auswählen. Ich habe gerade... Yes! Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Probleme, die Tread auswählen zu machen. Ich habe das Gefühl, für Proximity-Jet ist die Map ein bisschen zu groß irgendwie. Das kann sein, ja. Das kann sein. Oh, da ist jemand der Dummkopf nächste Runde. Wer hat den Dumm? Wer hat den Nahm? Was hast du denn wichtig? Fully! Fully! Sorry! Entspannt euch! Und Fully, freust du dich schon auf die nächste Runde jetzt? Halt die Schnauze! Haha, voll witzig! Haha! Endlich sieht das ein. Hey, Fully! Ja, ich bin immer supertoxic. Was? Warte, bis die Runde losgeht. Und dann? Hey! Oh nein! Oh nein! Aber nicht töten! Lass ihn am Leben! Lass ihn leiden! Lass ihn Blut schwitzen! Naja. 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 Gehen wir dann jetzt ins Fitnessstudio eigentlich? Wenn du willst, können wir rübergehen. Johnny war der Name. Aber kannst du jemanden umbringen? Was? Freue mich, dich kennenzulernen. Das war ein bisschen suspekt, was du gesagt hast. Aber das ist okay. Das ist okay. Ob du jemanden umbringen kannst dann im Fitnessstudio? Oder ob wir noch jemanden mitnehmen müssen? Man kann aus dem Fenster raus snipe. Deswegen hast du ein Snipergewehr dabei? Ja. Stark. Stark. Dann gehört die Welt gleich uns. Das Schwimmbad wird uns zu Füßen liegen. Yeah! Fully, wenn du das hier hörst gerade. Wenn du uns hörst. Das war... Ich wollte dich am Leben lassen. Dich ein bisschen leiden lassen. Aber es hat nicht ganz geklappt. Warte, ich muss kurz auf die Wette. Ja, ist okay. Ich werde draußen wache stehen. Entschuldigung. Hier ist jemand, der reinscheißt. Oh, das ist verschlossen. Hey, hier sind tatsächlich verschlossene Türen drin. Das ging schnell. Das Klo besetzt, oder was? Hier sind verschlossene Türen, die man tatsächlich irgendwie öffnen könnte. Hm. Uh, die Tür... Oh, interessant. Oh, die kann man aufmachen. Oh, tatsächlich. Ich gehe eben auf Toilette. Glaubst du, ich kann mir den Elsterplatz auf dem, äh... Auf dem, äh... Ding ins Klo genehmigen? Hier da rein. Da ist ja Banane im Klo. Schon verstopft. Sie sind eigentlich alle abgeschlossen. Siehst du das? Hey, Morgi, soll ich da drüben mal jemanden wegsnipen? Ich meine, wenn du willst. Ich weiß nicht, will ich das? Sind ja schon welche tot? Wo sind die alle? Irgendwie noch am Eingang rum? Du meinst, wir sind die letzten. Jetzt nur noch auf einmal. Das ist impliziert, dass du Trader bist, Johnny. Ohne uns. Ich, ich meine nur. Ja, ich, ich meine auch nur. Schon okay. Ja, ich, ich will ja... Oder da hinten sehe ich, dass sich jemand bewegt. Da war jemand am Eingang. Ich glaube, es ist Maeve, der noch lebt. Also im Fitnessstudio ist ja eine Traitor-Falle. Einer von uns muss sie aktivieren. Ja gut, dann machen wir das. Okay. Maeve, Maeve, kannst du... Maeve, Maeve. Wer ist die Banane hier? Hast du den Typen mit den Bananen gesehen? Ja, den habe ich schon mal im Test mit Maeve gesehen. Ja, du warst nicht der letzte, Johnny. Es tut mir leid, aber ich dachte, wir werden wirklich die letzten. Ja, shit. Wer ist denn dein Kollege, Johnny? Aber wenn du willst, kann ich mich noch neben die Banane stellen. Du kannst Screenshots für das Thumbnail oder so machen. Dann hüpfe ich ein bisschen. Okay. Ja, lief ja ganz gut. Netter Versuch schon. Alles schlau. Alles schlau. Alles schlau. Alles schlau, ey. Das ist so dumm, Kopf, sondern dann tötest du mich ja auch noch. Das ist super leid, John. Ich dachte wirklich, dass du... Mogi, das war zu loben. Hast du euch gemerkt, dass ich dreimal daneben geschossen habe? Nein. Ich habe das beste Freunde auseinandergerissen. Das war echt hart. Das war schon hart. Denk dran, ich hätte dich die ganze Zeit umbringen können. Ich wollte wirklich ins Fitnessstudio gehen. Ja, ich weiß, ich dachte, wir sind wirklich die Letzten. John, das war meine Chance, mit Freundschaft und Team zu verstärken. Wir waren nicht auf dem Weg zum Fitnessstudio. Apropos letzte Runde. Letzte Runde. Ich habe eine Brandy. Okay, Johnny, wollen wir ins Fitnessstudio gehen? Nein, ich will jetzt nicht mehr. Warum, ich habe noch ein Brandy in der Hand. Okay, dann gehe ich mit Pulli. Freundschaft mit Johnny ist jetzt eh vorbei. Ich glaube, Pulli ist jetzt mein neuer bester Freund. Hey, Fuller. Yeah, fick mal Johnny. Der ist nicht mehr hinter uns her. Siehst du, er hängt schon mit anderen Leuten wieder rum. Wir müssen noch ein Stück weiter gehen. Das Fitnessstudio ist relativ weit entfernt. Von oben aus kann man auch gut Leute absnipe. Das ist gut für die Muskeln. Falls du sowas vorhast. Ach so, ja, nee. Also wenn ich eine Sniper-Rifle hätte, dann würde ich ja Leute schießen. Scheinbar war... Dashke war Blocker, wie es aussieht. Was für ein Schocker. Was? Das gefällt mir. Man kann übrigens auch auf die Sprungbretter hoch, aber das hat scheinbar niemand gemacht auf dieser Map. Aber das ist okay. So, ich nehme mal die Sniper-Rifle mit. Lass mal springen. Okay. Nee, das Problem ist, wenn man im Wasser landet, da kann man eine Traitor-Falle aktivieren und dann läuft weiße Hai-Musik und die ist nicht gut für ein Video. Uiuiuiui. Ja, willst du aufs mittlere Laufwand? Keine, keine Pass. Welches ist das mittlere? Keine Ahnung. Oh, ja, dann haben wir wohl gewonnen. Ich war das Ding, ich hab das geflogen. Ich war das Ding. Deswegen bist du nicht so geflogen, bei uns und Johnny. Ich wusste nicht, dass man als Blocker Leichen identifizieren kann. Oh mein Gott, Ricky ist in uns geflogen. Das war ultra witzig. Hat sich Dashke parat, weil das Blocker eine Leiche identifiziert hat? Ja, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Jetzt weiß ich es. Bonusrunde. 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 Du hast deine Chance verpasst, Johnny. Ich möchte zum Krippchenstudio. Ich hatte das schönste Abenteuer mit Maeve. Wer ist Maeve? Das ist gar kein schönes Abenteuer. Ich hätte es gerne gesehen. Das muss doch auch ohne gehen. Ich auch. Als ob man da so riesig wird oder so. Keine Ahnung. Ich habe eine Brandgranate. Wollen wir ein bisschen hier... Umzieht Johnny zu? Oh, verstehe. Johnny? Johnny willst du snipen? Ich glaube, Johnny will snipen. Ich glaube, er ist ein bisschen ungeschickt. Ich weiß den Raumkart etwas. Was? Du hörst jetzt auf damit, okay? Du bist so ein Ekel, Maugi. Du bist so ein Ekel. Du hörst jetzt auf damit. Du weißt genau, er war so kurz auf uns zu tun. Ich weiß. Da oben fliegt jemand. Das war so schlau von dir, ihn umzubringen. Okay. Johnny, pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Was ist hier passiert? Okay, wow. Ja, bitte? Ich würde da nicht vorgehen. Ja, ich bin jetzt dein Schlechterkollege. Okay. Ich kann dir zeigen, was Rikki gemacht hat. Rikki ist tot. Ich mag, dass wir darüber reden können, ohne dass sie es wirklich merken, dass ich das sage. Ja. Das sind, glaube ich, ein bisschen dumm. Vor allem der da drüben. Wer schießt auf mich? Ich glaube, es war Johnny. Wait, wait. Wer hat auf mich geschossen? Johnny? Schieß bitte nicht auf Johnny. Warum schießt er auf mich? Warum schießt er auf mich? Chill, 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 chill. Will ich mich heilen? Maeve. Was macht ihr denn? Was ist überhaupt los, Maeve? Moggy! Schöne, Moggy! Nein, warum habe ich die Waffe genommen? Johnny ist es. Johnny ist es nicht. Ah. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe vergessen, dass ich mega verliebt war. Du warst der Narr. Ich dachte, er war der Kahoot. Oh, damn. Ey, da habe ich eine Traitor-Runde endlich und ich sterbe an diesem Ding. Das ist doch so dumm. Ich war so nah dran. Pass auf, komm, ich zeig's dir mal. Komm mal mit ganz kurz. Du warst so nah dran. Moggy war so smart, dass er mich deswegen umbringt. Das war super. Und zwar habe ich das hier gemacht. Er hat ein Play. Ja. Guter Play. Warte. Darauf. Und dann hoch. Oh mein Gott. Warte, das geht. Ja, das geht. Das war das Abenteuer, was ich erlebt habe ohne dich, als du im Fitnessstudio warst. Tja. Ja. So, das war, ich mach den nächsten Mal. Ach du Scheiße. Super, oder? Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Proximity Chat ist so spaßig. Tschüss.